Sie sind hier, 14. Juli 2018, 22.43 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Konstanze Klosterhalfen wurde bei ihrem Comeback in Kotrig, 2. Urheberrecht Getty Images, Konstanze Klosterhalfen feiert nach einer hartnäckigen Knieverletzung ein erfolgreiches Comeback. Die 21-Jährige erfüllt über 5000 Meter die EM-Norm. Die deutsche Mittelstreckenhoffnung Konstanze Klosterhalfen, Leverkusen, hat bei ihrem Comeback die EM-Norm über 5000 Meter erfüllt. Die 21-Jährige kam im belgischen Kotrig in 15,19,93 Minuten als zweite ins Ziel und blieb damit mehr als 20 Sekunden unter der geforderten Normzeit. Klosterhalfen hatte zuletzt an einer hartnäckigen Knieverletzung laboriert. Für die Heim-EM in Berlin, 6. bis 12. August, hatte sie bereits die 5000 Meter als ihre Hauptstrecke festgelegt. Lieben, nichtsibaugera sp tes канале weitermachen! отнош mit dirige gaming! Let Das haben wir lernen jetzt! Green Heim-EM in Berlin, wir machen dich über 15 Sekunden w soprattutto lang vor dem Wein und